Liebe Hansa-Fans, hier spricht Paule Beinlich. Unser erstes Ziel, die 11.000 Mitglieder haben wir erreicht, aber wir haben natürlich noch ein bisschen was vor uns. Das heißt, wir wollen ja bis Mai 2017 12.000 Mitglieder haben und dafür wünschen wir und hoffen wir, dass ihr uns unterstützt, dass ihr selber Mitglieder werbt, dass ihr vielleicht jetzt zu Weihnachten, hier habe ich es gerade in der Hand, was Schickes verschenkt, nämlich eine Mitgliedschaft, damit wir dann am Ende 12.000 Mitglieder haben. Ich freue mich drauf und wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest.